Einen wunderschönen guten Morgen. Heute sind wir ein bisschen später dran als sonst, weil wir uns heute noch von Lisa und Philipp verabschiedet haben, die ja jetzt gleich fahren. Deswegen haben wir heute noch ein bisschen länger gefrühstückt, aber sind sonst ganz normal aufgestanden. Heute haben wir mal wieder Traumwetter. Sonne strahlt, alles weiß. Heute ist zwar kein Tiefschnee fahren, weil es nicht geschneit hat, aber die Pisten werden bestimmt super sein. Heute soll auch weniger Wind sein und auch nicht so ganz so kalt, also wird es auch nicht so windig wie gestern. Das heißt, heute wird es super schön. Lukas und Nele machen sich jetzt auch fertig und dann geht es gleich auf die Pisten. Morgen. Und ja, dann sehen wir uns später. Tschüss. Musik Das war's für heute. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020